so hallo und willkommen zurück bei die sims ja so sieht jetzt die neue küche und das esszimmer aus fertig dekoriert ich habe noch mal eine neue tapete genommen für also für beides habe ich noch mal was neues ausgesucht ich bin mir nicht ganz sicher ob es hier ein bisschen zu dunkel wird auf dauer mit der küche ich würde dann eventuell den boden doch noch mal abändern da ich mich jetzt von relativ dunkle wand auch entschieden habe ansonsten bin ich aktuell noch zu dumm die regale mit zeug zu füllen irgendwie klappt das bei mir nicht ist schicke gerade verschwunden sie ist hochgelaufen oder das brauchst du nicht machen es kommt nur wieder nach dann reparier es direkt genau das kriege ich irgendwie nicht hin also müssen wir entweder helfen oder ich muss es irgendwann später noch mal probieren oder mal googeln vielleicht hängen die auf der falschen höhe oder so oder i don't know ja so zwischen der dunstabzugshauge ist das eigentlich auch nicht so die kluge idee glaube ich welche hänge ich hier auch noch mal um weiß ich aber noch nicht genau morgen ist erntefest thanksgiving erntedankfest du hast in der art wahrscheinlich die beiden haben auf jeden fall wieder hunger da holen wir direkt mal wieder was raus und danach muss eine satt dringend aufs klo ich habe jetzt mal wieder doch hochstühle geholt ja mach die bitte nicht in die hose jetzt und wenn doch dann klappt das wenn das jetzt schon wieder nicht klappt dann verkaufe ich die direkt wieder okay er fragt nach was zu essen jetzt ja dann bring ihn mal hin ich vertraue auf dich an ist ja du kannst das danach aufwischen muss hier irgendwas sauber gemacht werden du kannst ein bisschen sauber machen hier fühlst dich eh unwohl ist alles dreckig da macht dich doch mal nützlich so ist hier noch irgendwas ja das klo ist ziffig das muss auch repariert werden man sondern auch scheiße das ist natürlich ungünstig jetzt wenn sie so dringend aufs klo muss dann muss sie das mal reparieren ich hoffe sie kriegt das schnell hin sie ist ja eigentlich relativ schnell um reparieren ja ja jetzt ist ja schon wieder halb zwei linke hände den hammer zu schwingen und nagel zu versenken gehört nicht zur lieblingsbeschäftigung von shiggy soll sich jegliche weitere blamage ersparen und zugeben dass sie geschicklichkeit nicht mag ja okay von mir aus dann ist es halt nicht so dein ding aber repariert ist es so dann kannst du hier nochmal teile plündern okay und dann hat anissa ja sie hat das repariert und dann gehen wir ganz schnell wieder aufs klo ja doch so und einmal raus lassen kann ich das jetzt auch in den geschirrspüler machen ja tatsächlich das ist sehr cool das ist cool so der hat auch hunger das probiere ich dann direkt hier an dem anderen essen geben an glumanda ich bin mal gespannt ob ich die halt jetzt wieder sauber machen kann wenn die dreckig werden oder ob das wieder nicht geht so dann lasst tourtok mal raus der hat nämlich jetzt ganz schön hunger so und wie sieht es bei dir aus ganz gut eigentlich dann gebe ich ihm jetzt gerade mal das tablet rüber dann kann er daran kurz spielen und was braucht er noch oder brauche eine menge ach du scheiße der brauche eine ganze menge ja dann fangen wir mit fantasie an da ist noch gar nichts so und jetzt gibt es ihm noch was und sobald der hier aber ein bisschen aufs klo muss werden wir den aufs töpfchen bringen weil der nämlich fast das zweite level hat so das hast du geplündert dann einmal wegwerfen und dann haben wir es doch auch schon wieder das bad müssen wir auch noch mal ein bisschen dekorieren das ist an sich ganz schön steht nur relativ wenig drin bisher so guten appetit dir und jetzt müssen wir mal schauen mit anissa anissa also ich weiß nicht wie lange es jetzt noch dauert aber die müsste doch jetzt die müsste doch jetzt langsam mal ihr kind kriegen dann können wir noch mal gerade schauen wenn wir in der pipeline hatten wir hatten bob noch ähm ähm Don Bob und Don das sind alle? äh ja ist ja dann schon wieder nicht so viel dann können wir mit ihm mal plaudern und danach würde ich sagen plaudern wir mit Don auch mal ich habe immer Angst dass wir die wieder vergessen weil das ja anscheinend was ist was hier passiert in diesem Sphere wenn man länger nicht mehr mit denen redet oder so dann vergessen wir dass wir die kennen ist auch so ein bisschen doof aber gut dann wirken wir dem hoffentlich so entgegen so kann man jetzt mit da kann man aber nichts mit machen ne aber der kloppert jetzt bisschen okay und dann würde ich sagen lassen wir Shigi mal Hausaufgaben machen damit sie dann morgen in der Schule direkt eine bessere Note bekommt oder zumindest ähm ein bisschen aufsteigt und jetzt können wir vielleicht auch den Stuhl nochmal dahin schieben da Glomanda da jetzt nicht mehr steht das war mir ein Bedürfnis sehr gut äh dann lass das plaudern nochmal weg und lass ihn erst nochmal raus die Wehen haben eingesetzt okidoki here we are so dann setz ihn mal ab ähm okay was machen wir jetzt als erstes ähm ihm geht's gut der muss aufs Klo mit dem müssen wir erst aufs Klo bevor du Wehen haben kannst bevor du dein Kind kriegst musst du ihn noch aufs Klo schicken ich weiß das hört sich jetzt blöd an aber der macht sich sonst wieder in die Hose was soll'n das warum macht die das äh ok sie setzt ihn da rein um ihn das zu fragen um ihn dann rauszuholen und aufs Zäpfchen zu bringen das ist totaler Quatsch Anissa jetzt mach hin bevor er sich in die Hose macht das ist schon wieder kurz vor Knopp gewesen aber der hat auch gleich Level 2 oh nice ok dann schaffen wir das nämlich diesmal ähm er hat hoffentlich noch Zeit bis Anissa dann ihr Baby bekommen hat mhm ok Luma da kann er jetzt das Töpfchen benutzen ja das ist schon mal gut dann müssen wir Anissa denke ich ähm danach das Baby bekommen lassen das wird sonst nichts werden und dann kann Anissa danach irgendwann nochmal mit Don plaudern mit Bob haben wir auf jeden Fall geplaudert vielleicht können wir ihn auch später noch einladen I don't know und Don müssen wir auf jeden Fall nochmal anrufen ich hab Angst wir ihn sonst vergessen den wollen wir auf jeden Fall noch in unserer Liste haben äh von Daddies unserer Kinder so ja Glumanda haben wir's jetzt mal bald ne du wirst jetzt nicht gebadet Anissa muss erst Babys kriegen danach kannst du ein Bad haben versprochen also vielleicht nicht direkt danach aber zeitnah hoffentlich heute noch weiß ganz gut dass Shilok gerade nicht da ist das macht's irgendwie ein bisschen leichter sie ist auch gleich fertig ähm mit den Hausaufgaben sehr gut sie geht noch mit Tourtalk sprechen und danach sind die hier hoffentlich jetzt auch fertig nein du bittest nicht um ein scheiß Bad du wartest jetzt mal kurz Anissa geht jetzt Babys bekommen so du wartest hier am besten ähm und du kannst das Klo mal sauber machen das ist ja wirklich eklig Mortimer plaudern freundlich zu Shiloks sein so und Anissa bekommt ein Baby dann schauen wir mal was es diesmal wird und gegenüber schrubbt hier geht das Klo also sie hat jetzt auch wieder ganz schön Hunger muss aufs Klo und äh Energie die hat also Anissa uiuiui ah es ist ein Junge nicht noch einer Mann ich hab erst gesagt wir haben ja keine Jungs mehr ist kein Problem aber jetzt haben wir schon den dritten äh du text solltest na gut Anissa und Manuel haben ein Baby bekommen können wir da auch einmal kurz einfach super effiziente Babypflege machen oder sowas wie ein Träumchen ja sehr gut ne äh super effiziente Babypflege machen wir direkt und dann gehen wir Blumander baden Turtok hält es glaube ich noch aus mit der Blase bis wir damit durch sind also auf jeden Fall hoff ich's mal was haben wir mit ihr dann so vor sie hat jetzt so ein neues bestreben bekommen drei Bücher zu Ende lesen Level 3 der Logikfähigkeit erreichen warum ist es denn schon wieder dreckig meine Güte dann mach das auch noch weg von was haben wir denn die Fitnessfähigkeit jetzt bekommen wäre vielleicht auch nicht so schlecht für sie aber sie ist ein Nerd ich weiß nicht Anissa das ist doch nicht dein Ernst ich hab gesagt du sollst den baden jetzt frisst sie ein Stück Kuchen jetzt muss ich wieder eine neue Torte backen ganz toll mach mich wahnsinnig toll alles für den Arsch wieder man alles für den Arsch ah ok äh Bücher zu Ende lesen dann würde ich sagen lassen wir sie mal ein Buch lesen ähm was geben wir ihr denn mal Luke Stark und die immer unwahrscheinlicher werdende Reihe von Zufällen hört sich gut an dann mal los ähm ja dein Kind steht da und wartet Anissa wird das bald noch was Tortox Tortox beschäftigt ist gut hat der schon Level ne der hat wahrscheinlich noch nicht Level 2 oder? ne aber dafür hat Glumanda Level 2 Kommunikation der ist schon recht weit muss man sagen der hat schon fast in allem Level 2 Fantasie hat er auch schon halb zumindest äh gute Noten Sherlock hat halt gearbeitet und ist jetzt 2er Grundschülerin gut gemacht sehr gut dann sind wir bei ihr auch schon halfway through mit der Schule also mit der Grundschule und auf dem guten Weg sie auch altern zu lassen ähm sie müsste einmal aufs Klo äh Level 5 Kreativität ist eigentlich relativ einfach zu bekommen auch ähm ähm Hunger geht noch einigermaßen ich würd sagen dann soll sie mal aufs Klo gehen und dann können wir sie entweder malen lassen das mal aufräumen oder wir lassen sie ich glaub wir lassen sie direkt Hausaufgaben machen dann kann sie danach einfach malen oder wir lassen sie davor nochmal schlafen ähm nicht dass sie dann wieder Albträume bekommt oder irgend sowas das wär mir nicht so gelegen Glumanda ist energiegeladen mit ihm wird's jetzt Zeit aufs Klo zu gehen sonst macht er sich auch in die Hose also Anissa muss jetzt bald fertig werden ja sehr gut Mann das klappt ja alles wie am Schnürchen ausnahmsweise mal ich will es nicht zu laut sagen ähm Glumanda kann auch noch ein bisschen wach bleiben eigentlich ich kann es noch mal ein bisschen da rüber gehen ach was ich jetzt vergessen hab ich hatte kurz überlegt ob ich diesen Boden hier nehme jetzt hab ich da so ein Feld noch drin das muss ich auch kurz mal weg machen äh so es wäre eigentlich auch so ein bisschen black and white und so ganz schön gewesen aber ich fand es einfach in diesem Ton irgendwie schöner äh weil es einfach wärmer wirkt der ganze Raum und das finde ich für ein Esszimmer relativ wichtig deswegen habe ich mich dafür entschieden ähm der ist wütend weil er müde ist musst aber vorher bitte nochmal aufs Klo danach kannst du schlafen gehen und Glumanda kann da ein bisschen was lernen äh Anissa ist da grad auch nicht so richtig äh verfügbar für äh obwohl er das ja mit ihr dann ein bisschen schneller lernt sie macht Hausaufgaben sehr gut okay okay ähm allerdings geht es Anissa grad auch nicht so gut da müssen wir uns gleich auch mal ein bisschen um die Bedürfnisse kümmern aber dafür haben wir die Kinder jetzt einigermaßen gut versorgt heute die haben sich jetzt mal ausnahmsweise nicht in die Hose gemacht und der sollte jetzt auch Töpfchen Level 2 erreichen sodass er dann alleine gehen kann der wird danach auch direkt schlafen geschickt da der schon grumpy ist ähm freundlich zu Anissa sein jo sehr gut ja und danach müssen wir uns auch direkt um Anissa kümmern dann gehst du nochmal aufs Klo und jetzt können wir mal schauen was wir hier in der Mikro machen können Haferbrei, Hähnchen, Nuggets, Mikrowellenkuchen, Mikrowellengericht okay das hört sich alles nicht so super gesund an aber war ja wahrscheinlich auch zu erwarten ähm ich würde sagen wir kochen dann doch lieber was Pan de Muerto hm Preis ja also den Gartensalat den toppt man einfach nicht ne Preis-Leistungs-mäßig soll ich eine Partygröße ne die Partygröße verdürbt wahrscheinlich wir machen eine Vierer Familiengröße das wird wahrscheinlich reichen gerade weil Shigi auch sich selbst was kochen kann mittlerweile ähm dann machen wir das einfach in dieser Reihenfolge und dann sollte das alles passen oh Gott dass der so lange braucht immer und auf dem Klo hockt und jetzt ist er eigentlich auch schon wieder müde ich glaub dann schick ich ihn doch auch ins Bett dann soll er hier pfenn gehen dann können wir ihn eventuell nochmal aufwecken wenn Anissa Bedürfnisse fertig hat so wackeln wir mal in die Richtung Shigi hat ein Buch fertig gelesen das kannst du dann direkt wegpacken dann können wir uns ein neues raussuchen oder 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 ähm kannst natürlich auch äh einen Salat essen mhm mhm ja komm koch dir doch mal einen Salat auch mal gucken ob du kochen magst wenn du schon Geschicklichkeit nicht magst aber Logik magst du immerhin hoffentlich äh also Logik musst du mögen da bleibt nichts anderes über wir müssen uns echt mal wieder um diese Bienen kümmern ich weiß nicht warum die überhaupt noch leben ach so Turtok hast es jetzt mal bald ja gut der ist auf dem Weg ins Bett du Mann da schläft dann haben wir wieder den komischen Bug mit dem ähm Kirchkeitsbalken Shigi kocht Anissa kümmern wir uns um die Bedürfnisse jetzt Anissa kocht auch die muss dann auch was essen und danach direkt schlafen würde ich sagen ich weiß nicht wir könnten sie vorher noch duschen lassen aber weiß ich nicht genau so so ja dann kocht doch mal in der schönen neuen Küche Shilok ist fertig mit den Hausaufgaben ist auch sehr gut ähm ja Hunger hätte sie auch hm dann lassen Vanessa erst nochmal fertig kochen dann soll sie so lange hier nochmal irgendwas basteln äh hier bastel doch mal Festtagsessen morgen ist Festtagsessen was kann man dafür gebrauchen also möglicherweise I don't know guti guti gut 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 dann ähm wenn Shigi gegessen hat kann sie auch nochmal aufs Klo und duschen dann ist sie soweit auch cool und dann lesen wir einfach direkt das zweite Buch Problemscheune steht da auch immer um was es da richtig geht dieses fesselnde Mystery Abenteuer handelt von Lucas Stark einem außergewöhnlich attraktiven Schriftsteller der nichts mehr zu verlieren hat außer seinen Verstand dieses von dem in Zukunft ausgezeichneten Lucas Stark verfasste Moment das ist doch auch der Name der Hauptperson was für ein Zufall was für ein Quatsch als der bescheidene Familienvater Ira Strauss die Großstadt verließ um sich eine Farm aufzubauen hatte er nicht damit gerechnet einen leblosen französischen Diplomaten mit dem Gesicht nach unten im Heu zu finden können iras unheimlicher Blick für Details und sein Umgang mit Nutzfiel helfen den Verantwortlichen zu fassen bevor das FBI seine Scheune auseinander nimmt der erste Band der epischen Ira Strauss Mystery Reihe okay das scheinen also so Mystery Bücher zu sein das ist eigentlich ganz lustig das kann ich mir gut bei Shigi vorstellen sie mag bestimmt solche Bücher ähm genau ne dann lassen wir sie nämlich noch ein Buch lesen und danach kann die wahrscheinlich auch pennen gehen ähm oder wir lassen sie halt noch ein bisschen Schach spielen warum fühlt die sich schon wieder unwohl ach das weil die ordentlich ist was ist denn hier aber dreckig ist die Dusche dreckig? Dusche könnte dreckig sein dann polier mal die Dusche ähm und dann geht sie dann nachlesen so das kommt in die Spülmaschine das kommt auch weg kann ich nicht super hier in den Mülleimer doch geht auch ja ne doch dann kannst du schlafen gehen passt ganz gut der Rest ist nämlich versorgt ähm dann nimm du dir doch nochmal ein Gericht Pizza bestellen Speisen essen ja die wird sonst gleich wieder grumpy die ist nämlich in Vielfass dann geh du erstmal was essen danach schicke ich die glaube ich auch schon schlafen und falls die Albträume kriegt kann die dann wieder was malen gehen oder so so und jetzt macht das hier mal sauber ich weiß nicht so richtig dreckig sieht das eigentlich nicht aus oder? oder ist das hier das wenn die Stangen braun sind dreckig kommt halt drauf an wie sie vorher aussahen aber ansonsten sehe ich nicht so richtig was hier dreckig sein soll das Waschbecken ist sauber das Klo ist sauber das ähm Babytöpfchen hier ist eigentlich auch sauber ja und das hier sieht auch nicht so super dreckig aus Eklige Sanitäranlage ja doch anscheinend ist das Ding schmutzig aber müsste es dann jetzt nicht weggegangen sein ist ja immer noch da ich hab keine Ahnung was da noch schmutzig ist ich kann es jetzt immer noch bis zur Perfektion polieren dann hat sie es gerade offenbar ja nicht bis zur Perfektion poliert ja geh mal schlafen äh so und rein damit oder schicke ich dich dann auch schlafen dann würden alle schlafen wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht naja können wir auf jeden Fall ein bisschen vorspulen ich hoffe dass sie nicht aufwacht Shilok heute weil sie Angst nach Dunkelheit hat aber wir werden es schon merken wenn es so ist ähm ja also ich glaube ich schicke sie danach dann auf jeden Fall auch schlafen ich weiß nicht ob dann jemand schon wieder wach wird wie sieht es bei denen aus oh Gott die haben schon wieder mega Hunger also er jedenfalls ahhh wie anstrengend da müssen wir Anissa dann gleich aufstehen lassen aber gut dann soll sie vielleicht genau sie hat das Buch fertig gelesen das ist gut dann kann sie jetzt auch pennen gehen und dann haben wir eigentlich auch genug gemacht für den Tag würde ich sagen ähm dann lass mal Anissa ja jetzt gleich aufstehen ich glaube wir müssen sie jetzt aufstehen lassen er wird sich eh wieder in die Hose machen äh steh mal auf ich kann mal gucken ob wir ihn vielleicht noch vorher ähm aufs Klo bringen können bevor das in die Hose geht bevor das in die Hose geht kann aber sein dass es nicht funktioniert schauen wir mal schauen wir mal schauen wir mal gehts noch gehts noch gehts noch gehts noch bitte 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 ja es funktioniert hey okay äh ja ist nur wieder gerade Notsituation aber wir kriegen das alles geregelt wie immer ähm ich hoffe der braucht nicht so lange auf dem Klo dann nehme ich ganz schön Hunger äh und um das Kleinkind äh ja um das Baby müssen wir uns dann auch gleich kümmern das sollte aber kein Problem sein ähm ja nur dass wir ihm was zu essen geben ist gleich wichtig aber das machen wir dann in der nächsten Folge und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis dann tschau